Moin, hier ein neuer Versuch, ein neues Transmog zu finden und das aufzunehmen. Und zwar, wir befinden uns hier im Hai des Wehklangs, und zwar in der Höhle der Gefallenen Ebene 2. Und wir haben Bishibosh gefunden. Die Höhle kann spawnen, muss aber nicht. Bishibosh kann spawnen, muss aber nicht. Und er kann ein Item fallen lassen, muss es aber nicht fallen lassen. Es ist ein blaues Item, deswegen habe ich den Barb hier mit drin, sodass wir das dann teilen können, wenn denn einer von uns das droppen sollte. Ebenso auch auf Qual 1, damit mehr blau als gelb fällt. Aber das ist alles so Wunschdenken, mal gucken, ob man das so hinkriegt. So, ich klicke den jetzt gleich mal an, mal sehen, ob einer von uns dieses blaue Item kriegt. Und dann schauen wir mal. Die Höhle der Gefallenen kann auch Bounty sein, muss aber nicht. Und sie kann auch spawnen, wenn sie kein Bounty ist. So. Das ist was gelbes. Ja, ja, er hat's. Er hat es. Geil. Er hat es, cool. Jetzt schmeißen wir das gleich mal raus. Und es ist nämlich Würz ursprüngliches Bein. Das hier. Es ist ein magischer Streitkolben. Und ich gucke gleich mal, ob ich es transmoggen kann. Ich weiß nicht, also es steht ja da, dass es ein Streitkolben ist. Aber ich frage mich, ob das auch ein Messer, also ein Zeremonienmesser, transmoggen kann. Nee. Das geht leider nicht. Okay. Aber warte mal, ich habe doch hier das Schwert hier gerade dabei. Das muss doch gehen, oder? Oder geht das wirklich nur mit Streitkolben? Warte mal. So, Transmoggen. Da, da ist es. Würzbein, 50.000. Das sieht dann so aus. Also mit Schwertern geht das. Also Würzbein, Oberschenkel, Unterschenkel und der Fuß, ne? Und irgendwo aus der Hüfte rausgerissen dann eben, ne? Also es geht mit Schwertern und es geht nicht mit Zeremonienmesser. Mal gucken. Also, wie gesagt, ihr könnt es finden, wenn ihr auf Heinen des Weglangs geht, dort in die Höhle rein, Höhle der Gefallenen, auf Ebene 2 und dann Bischi Bosch seine Leiche Überreste findet. Dann könnt ihr es finden. Und wie gesagt, wenn ihr es findet, ist es nicht verkehrt, ein paar Freunde einzuladen, sodass, wenn einer das findet, dass man das dann traden kann. Komischerweise ist der jetzt nicht Account gebunden. Also ich könnte es auch jemand anderes weitergeben, wenn denn das jemand haben möchte. Aber, ähm, ja, egal. Ihr könnt trotzdem jemanden mit reinnehmen, auch damit ihr es dann handeln könnt. Aber ihr habt dann einfach eine doppelte, beziehungsweise bei vier Leuten die vierfache Chance, dass es droppt aus dem Mob. Also, wenn ihr ein paar Leute in der Freundesliste habt oder so, oder auch einen allgemeinen Chat, habe ich vorhin auch gefragt, so, dass einer das eben droppt, dann kann das weitergegeben werden. Also, es ist handelbar und, ähm, naja. Gut, okay, das war es soweit. Erstmal bei Fragen, Sorgen, Nörte, Anträge, alles in die Comments rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!